Sura 102 Das Streben nach mehr Offenbar zu Mekka 8 Ayat Im Namen Allahs des Al-Abarmas des Barmherzigen Das Streben nach mehr lenkt euch so lange ab bis ihr die Gräber besucht Aber nein, ihr werdet es bald erfahren Wiederum, aber nein, ihr werdet es bald erfahren Aber nein, wenn ihr es nur mit Gewissheit wüsstet Gewiss werdet ihr Al-Jahim sehen Dann werdet ihr sie bestimmt mit dem Auge der Gewissheit sehen Dann werdet ihr an jenem Tage nach dem Wohlstand befragt Untertitelung aufgrund der Audiovisentät